Wir sind mitten im April und das ist auch die schönste Zeit hier im Gewächshaus, weil jetzt ist so die Zeit, wo die Sarazen ja alle in voller Blüte da sind. Aber wir haben auch schon die ersten Schläuche, wie man hier sehr schön sehen kann. Es wird also allerhöchste Zeit für einen ausführlichen Gewächshausrundgang und das machen wir jetzt. Ganz viel Spaß damit. Und damit ganz herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin Matze und jetzt im Frühjahr natürlich die schönste Zeit im Gewächshaus. Ich stehe hier mitten in den Sarazen ja drin. Zu meiner Rechten, zu eurer Linken, haben wir hier die ganzen Leukophila, die ja alle schön in Rot blühen und hier auf der anderen Seite die Flava, die in Gelb blühen. Das sind tatsächlich schon die ersten, die jetzt schon wieder so am Abblühen sind. Sieht man hier vielleicht schön. Also die ersten ziehen sich schon wieder zurück. Aber jetzt ist natürlich eine super Zeit, um hier viel zu bestäuben, um hier schöne Kreuzungen zu machen und die nächste Generation vorzubereiten. Und wir stöbern jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Sarazenia durch, weil man kann ja schon den einen oder anderen Schlauch entdecken. Ansonsten natürlich diese gewaltige Blütenpracht hier. Und jetzt gehen wir einfach mal los. Und hier haben wir schon einen der allerersten offenen Sarazenia Leukophila-Schläuche. Das ist der Siedling von KP10 2007. Und er ist noch relativ weich, also er ist noch nicht so lange offen. Und auch hier dahinter geht es direkt weiter. Da seht ihr auch schon die ganzen Schläuche, die hier hochkommen. Oder auch hier vorne. Das ist eh ein super schöner Klon hier. Die KP6A macht hier auch schon riesengroße Schläuche. Es geht also los und es dauert nicht mehr lange. Dann ist hier alles in neuen Schläuchen gehüllt, der ganze Tisch. Jetzt können wir uns aber noch an den ganzen Blüten erfreuen. Und wir haben ja neulich schon mal das Video gemacht, so mit den ganzen unterschiedlichen Blüten. Und jetzt sieht man ein bisschen mehr, gerade bei den Leukophila, guckt man, hier haben wir schöne kirschrote Blüten. Die sind so richtig hellrot. Direkt daneben dran haben wir welche. Die kommen so in ganz dunkelrot raus. Da sieht man nochmal schön die Unterschiede. Wir haben hier auch noch ein paar schöne alte Schläuche von letztem Jahr. Das ist die L15 von Mirek. Die bleibt eh immer sehr lang erhalten, die Schläuche, über den ganzen Winter bis weit in die neue Saison herein. Also man sieht hier auch noch gar nichts, dass sich irgendwas zurückzieht. Weil das sind wirklich traumhaft schöne Schläuche. Hier haben wir auch nochmal ein richtiges Highlight. Das ist zwar auch ein alter Schlauch von letztem Jahr, aber der sieht so traumhaft schön aus. Das ist eine Pink Tube von Ian Salter mit seiner Nummer ISM mal DW5. Das ist also eine Kreuzung mit einer Diane Whittaker. Und es ist ein perfekter Schlauch. Schön trichterförmig. So viel Weiß mit drinnen. Und von vorne einfach dieses dunkelpinke und dieses Spiel, einfach dieses Farbspiel sieht so genial aus. Da sind auch noch zwei Blüten am Heranwachsen. Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen bestäuben und kreuzen. Und mal gucken, was man mit dem noch alles machen kann. Das hier ist eine schöne Alba-Form. Das ist die White Top von Christian Klein. Und der Schlauch ist kurz davor, dass er aufploppt. Das erkennt man immer daran, wenn die hier oben so ganz dick werden, wenn die sich quasi mit Luft füllen und dann sind die kurz vorm Aufplatzen und danach rollen die sich schön aus und entwickeln auch noch die schöne Öffnung. Und da kommen jetzt überall auch schon die schönen Schläuche dazu. Also richtig toll. Hier haben wir wieder ein bisschen was Außergewöhnliches. Das sind gelbe Blüten bei den Saracener Leukophila, die ja normalerweise alle in Rot blühen. Und das hier ist die Schnells Ghost My King L4 Nummer. Und die kriegt auch richtig tolle Schläuche. Da wachsen aber noch keine heran. Im Moment haben wir nur die Blüten dran. Und diese gelben Blüten bei den Leukos ist auf jeden Fall was sehr Besonderes. Eine weitere Besonderheit bei den Leukophila-Blüten haben wir hier. Das ist die My King L55, die Tarnock. Und das ist so eine gefüllte Blüte, eine mutierte Blüte. Die war im letzten Blütenvideo noch nicht ganz offen, beziehungsweise gerade erst am Öffnen. Jetzt ist sie komplett geöffnet. Und die sieht halt schon richtig geil aus. Also sehr, sehr schöne Blüte. Und die bleiben auch so, wie sie jetzt sind, eigentlich erhalten bis zum Herbst. Weil das sind nicht die Blütenblätter. Die Blütenblätter sind erst ein bisschen verzwickt bei der. Hat gar keine. Deswegen, da ist auch nichts, was ausfallen kann. Und daher bleibt die Blüte hier bis zum Herbst so schön erhalten. Das hier ist die größte Sarazenia Leukophila, die ich kenne. Das ist die L87 My King Nummer oder auch Bocacia genannt. Also Breitmaul ist das spanische Wort für Breitmaul, weil die einfach so ein fettes Maul hier oben hat. Und das ist echt ein Megateil. Ich kann hier ganz easy meine Hand reinstecken auch. Und das war tatsächlich auch der größte Leukoschlauch letztes Jahr. Das ist also noch ein alter Schlauch von letztem Jahr. In diesem Jahr haben wir hier drei Blüten dran schon. Aber die sind immer ein bisschen spät dran. Deswegen ist es immer ein bisschen blöd, wenn man besondere Kreuzungen machen will. Weil die anderen, gerade Flavas, auch schon früher dran sind. Und Schläuche kommen aber noch keine. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie groß sie dieses Jahr wird. Und den größten Schlauch, den ich daran mal gesehen habe, das war in Italien bei meinem Freund Andrea. Und der hatte 1,34 Meter, hatte der als höchsten Schlauch hier dran. Also ein wahres Monster. Beim letzten Umtopfen habe ich hier auch ein paar schöne Schaupflanzen angelegt. Die habe ich in so Schalen reingepflanzt. Und die haben eine sehr schöne Oreophylla. Das ist die Giant Form von Rudi Fürst. Und die hat jetzt schöne Schläuche schon dran, die geöffnet sind. Und wir haben auch gerade die volle Blütenbracht. Also eine richtig tolle Schale. Und da stehen hier noch mehr so von ausgewählten Klonen. Einfach so ein paar schöne Schalen. Ach, hier hinten in der Ecke, guckt mal hier. Da haben wir nämlich die ganzen Zefisämlinge. Also wir vermehren ja Cephalotus auch immer über Samen. Und es ist sehr langwierig. Es dauert sehr lang, bis da große Pflanzen entstehen. Die sind jetzt schon zwei Jahre alt. Haben wir jetzt dieses Jahr im Frühjahr frisch umgetopft. Und hier habe ich sogar auch noch eine Besonderheit. Guckt mal hier. Das ist nämlich dieser Cephalotus Error. Also derjenige, der keine Fall mehr macht. Wobei es nicht ganz korrekt ist. Es kommen manchmal solche Zwischendinger hier. Also das ist so ein Zwischending zwischen Blatt und Krug. Also zwischen normalen Laubblatt und Krug. Und manchmal kommen auch so, ja das ist hier schon fast eine Falle könnte man sagen. So eine kleine Mini-Krug, die ab und zu auch mal durchschlagen. Aber die meiste Zeit hat er einfach nur diese Blätter. Und den habe ich mal hier ganz viele Pflanzen in so einen Topf reingemacht, weil ich das einfach lustig finde. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Sempervivum, also so ein Dachwurz. Und ist aber eigentlich ein Zehvieh. Auch in diesem Jahr ist diese F279 eine Flava Rugelli, eine Giant-Form von Ronny Heierbauer. Eine der Pflanzen, die die ersten Schläuche im Frühjahr macht. Und das ist ein super schöner Klon. Er ist dieses Jahr bloß leider nicht so groß. Aber letztes Jahr war er ein ganzes Stück höher. Und die hat aber eigentlich einen riesen Schlund und vor allem auch einen riesengroßen Deckel hier oben drauf. Und die sieht so klasse aus und ist im Frühjahr wirklich eigentlich jedes Jahr eine der ersten mit Schläuchen dran. Ich glaube, es war sogar auch dieses Jahr die allererste mit Schläuchen dran. Sonst kommen hier bei den Flava natürlich überall wieder viele Schläuche. Da hinten in der Ecke ist auch schon ein bisschen mehr zu sehen. Und die Blüten sind ja jetzt alle so am Abblühen. Deswegen die gelben Blüten gehen jetzt dahin. Leukos sind ja gerade in der Hochzeit. Aber ja, jetzt geht es noch darum, hier schnell noch ein paar Kreuzungen zu machen. Bevor die alle abgeblüht sind dann. Eine weitere sehr schöne Flava, die schon Schläuche hat, ist hier die F173. Das ist eine Cuprea. Also die kriegt so einen kupferfarbenen Deckel. Das sieht man hier auch schon sehr schön. Und wenn jetzt die Pflanze mehr Sonne abkriegt, dann färbt sich der auch noch so eher dunkelrot aus. Und das ist eine aus Pender County in North Carolina. Ist auch sehr winterhart. Ist allerdings ein Klon, der nicht so groß wird. Also wir haben jetzt hier so 40 Zentimeter. Ich denke mal so bis 50 Zentimeter schafft er schon noch. Aber der bleibt eher so ein bisschen kleiner. Ist aber auf jeden Fall was ganz Besonderes. Hier haben wir jetzt viele Saracenia Flava Variante Atropoporea. Also welche, die einen komplett roten Schlauch haben nachher. Und man sieht es jetzt hier schon sehr schön beim Heranwachsen, dass die jetzt alle schon sehr schön rot ausgefärbt sind. Und hier ist auch einer, der sich gerade öffnet. Also der ist gerade frisch aufgeploppt und entfaltet sich jetzt gerade. Es rollt sich ja dann oben alles so aus. Und das Schöne ist halt hier, dass die gleich so richtig rot hochkommen. Und das machen sie halt nur, wenn sie auch entsprechend viel Licht bzw. Sonne und Wärme im Frühjahr schon haben. Sonst kommen die auch eher grünlich hoch und färben sich dann erst rot um. Aber wenn die Bedingungen passen, wie gesagt, gleich schon in rot. Von oben habt ihr die beste Sicht. Und wir befinden uns jetzt hier mal vor dem Hybriden Tisch. Und ich denke von oben sieht man es auch sehr schön. Wir haben gerade hier im vorderen Bereich eher so die ganzen flachen Pflanzen, die flachen Hybriden. Dann haben wir hier in dem Bereich so die mittelhohen. Und hier gehen dann die hohen Hybriden los, die wirklich richtig groß werden. Und da sehen wir das auch schon an diesen Blüten hier, die auch schon guten Meter hoch sind. Und das ist jetzt eine Mooray, Eden McKay heißt die. Und die hat eine richtig tolle orangene Blüte. Kommt oben so ein bisschen rot raus, geht am Meer so ins gelbliche. Die sind riesengroß, die Blüten. Und auch die Schläuche später werden riesengroß. Vielleicht erinnert ihr euch noch im letzten Jahr, weil genau an dieser Pflanze hatte ich aus zwei Jahren lang die alten Schläuche immer dran. Weil ich gucken wollte, wie hoch die dann immer werden. Haben wir jetzt dieses Jahr runtergeschnitten. Ist auf jeden Fall ein fettes Rhizom. Und ich bin sehr gespannt, wie groß dieses Jahr die Schläuche werden. Der erste Schlauch hängt schon dran. Die Blüten auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Dann haben wir hier auch nochmal eine ganz tolle Hybride. Da muss ich den Topf echt mal rausholen. Das ist eine Flava Ornata, gekreuzt mit einem Oreo Fühler. Und das ist der Klon 5. Der, wo so einen richtig riesengroßen Deckel macht. So eine richtig tolle Giant Form oder Giant Deckel ist das hier. Und die sieht auch klasse aus. Und bei Oreo Fühler ist es ja so, die schiebt ja immer sehr stark. Deswegen hat man hier auch Blüte und Schläuche schon gleichzeitig. Auch wenn das eine Hybride ist, hat man das hier auch parallel. Hier in dem Bereich, hier sind eher so die, ja ich sag mal so, Leuco Fühler Hybriden. Deswegen haben wir hier auch schöne alte Schläuche noch vom letzten Jahr mit viel Weiß. Und man sieht es auch so an den Blüten, dass die hier, diese Ecke eher so rötlich sind. Weil Leuco Fühler ja rot blüht. Und das setzt sich auch immer sehr in der Blütenfarbe durch. Schläuche kommen gerade erst noch. Da brauchen wir noch ein bisschen. Hier haben wir aber noch eine Rudolf 2 gekreuzt mit einer Leuco Fühler. Sieht auch traumhaft schön aus. Richtig dunkelrot. Auch noch die alten Schläuche von letztem Jahr. Aber hier kommt schon der neue Schlauch in diesem Jahr. Und was mich auch sehr freut, muss ich mal gucken, wo sie steht. Hier ist die Atlas Fife. Also eine Kreuzung zwischen Lea Wilkerson und Adrian Slag. Die haben zwar meine Mutterpflanzen hier alle keine Blüte dieses Jahr. Das ist echt schade, weil ich sie so gerne bestäubt hätte. Aber es kommt ein richtig fetter Schlauch hier raus. Und in diesem Jahr wird sie dann auch richtig ausgewachsen sein. Ich bin sehr gespannt drauf, weil es ist ein beeindruckender Schlauch. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Richtig geil. In diesem Bereich hier stehen die ganzen Saracenia Alata. Die haben wir euch auch schon mal im Bestäubungsvideo gezeigt. Aber die Blüten sind jetzt ein bisschen weiter. Und jetzt sieht man die Farben so richtig. Guckt mal hier. Das ist jetzt so eine richtig schöne weiße Farbe. Das ist die A63. Richtig klasse. Dann haben wir eher so Cremefarben. Wie zum Beispiel hier die A48. Kann man auch mal direkt nebeneinander halten. Dann sieht man hier den Unterschied eigentlich sehr schön. Und wir haben ja auch komplett gelb blühende. Hier die A24 zum Beispiel. Die geht so richtig ins Gelbe hinein. Oder die, was wir auch letztes Mal gezeigt haben. Hier hinten ist sie. Die hier war es, glaube ich, haben wir gezeigt. Die Knight, genau. Die Knight hat auch so eine gelbe Blüte. Können wir auch noch mal direkt einen Vergleich mit der weißen hier machen. Also das sind jetzt so die richtigen Blütenfarben, weil sie jetzt richtig voll entwickelt sind. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Schläuche, die hier aufploppen. Und sich öffnen hier die A20, die eh sehr, sehr schöne Schläuche macht. Das ist ja noch ein Alter von letztem Jahr. Die werden ja so richtig breit hier oben. Und das sind jetzt also die frischen Schläuche. Und sonst kommen hier überall schöne Schläuche. Hier ist auch schon ein riesengroßer an der A46 dran. Und gerade die Alata können ja auch alle ganz easy in Meter erreichen. Oder auch darüber hinaus. Deswegen ist es eine sehr unterschätzte Art. Aber auch eine richtig schöne. Und wenn man große, schnellwüchsige Pflanzen haben will, dann auf jeden Fall Alata. Saracenia minor sind immer eine von denjenigen Arten, die besonders spät dran sind. Und deswegen ist es da auch immer schwierig, wenn man Hybriden machen will. Weil ihr seht selber, die anderen sind alle in voller Blüte. Und hier sind die Blüten gerade überall erst am entwickeln. Hier hinten zum Beispiel kommen auch richtig viele raus. Und es sind halt sehr langsam wachsende Schläuche. Sieht man hier noch kaum was. Hier haben wir zum Beispiel einen bei der M5. My King Nummer. Das ist eine Ocifinugiensis. Und die wird also sehr groß. Aber sonst bis auf ein paar Blüten und vereinzelt ganz, ganz wenigen Schläuchen ist hier noch nicht viel zu sehen auf dem Minur-Tisch. Hier haben wir tatsächlich sogar eine Minur, die schon ihren ersten Schlauch geöffnet hat. Das ist eine M12. Die steht jetzt aber hier im torffreien Substrat. Und ihr seht, so oberflächlich ist das alles sehr, sehr trocken. So wie diese ganze Ecke hier. Hier haben wir überall die torffreien Pflanzen. Und es kommen hier schon richtig tolle Schläuche. Gerade wenn wir hier mal so einen Pott mit Lia Wilkerson anschauen. Guck mal, das Rhizom. Das sprengt hier schon den Topf richtig auseinander. Das ist ein richtig fettes Rhizom. Voll mit Blüten, die auch schon alle hier schön geöffnet sind. Beziehungsweise ein paar kommen noch nach. Und wir haben natürlich auch schon die ersten Schläuche dran, die richtig groß sind. Aber Lia Wilkerson ist ja eh so eine von den größten und schönsten auch auf jeden Fall. Davon kann man auch nie genug haben. Deswegen stehen hier auch überall immer mal wieder die Töpfe mit Lia Wilkerson verteilt. Hier haben wir einen kleinen Teil von der Saracenia Purporea-Sammlung. Beziehungsweise genauer gesagt, es sind hier eher so die Venosa, die hier stehen. Die Purporea-Substitze, Purporea stehen alle draußen. Aber da ist noch gar nichts zu sehen. Und hier bei den Venosa, die sind jetzt alle frisch getopft worden. Was am meisten auffällt, ist wahrscheinlich gleich hier vorne die Chipola Giant. Das sind jetzt vorwiegend noch alles Schläuche von letztem Jahr. Und die wird ja echt riesengroß. Das ist der erste Frische von diesem Jahr. Der ist jetzt gerade die letzten Tage aufgepoppt. Ist noch nicht ganz so groß. Das kommt aber noch. Hier kommt auch noch mal ein Riesenschlauch. Hier haben wir zum Beispiel die Smurf, also Schlumpf. Weil der Deckel hier so komplett zusammengerollt ist wie bei so einer Schlumpfmitze. Die hat auch schon geblüht, beziehungsweise hat schon abgeblüht. Und ich habe die mit sich selber bestäubt. Und ich bin ja hier fleißig am Bestäuben gerade immer. Und dann kommen hier immer diese roten Bänder hin, damit man nachher auch weiß, was für Kreuzungen man gemacht hat. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Venosa-Variante Burki-Form Luteola. Und das ist eine ganz grüne Form, eine anthocyanin-freie Form. Und die hat hier sogar so eine weiße Blüte. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus. So, und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen, weil es gibt ja hier noch sehr viel mehr zu entdecken als die Saracenia. Gehen wir mal hier zu den Drosophyllum, weil die sind gerade richtig schön in Blüte. Die will ich euch unbedingt zeigen. Mh, lecker. Drosophyllum duftet immer so richtig schön nach Honig. Besonders die Blüten, wenn die offen sind, ist hier alles so drumherum in so einem schönen Honigduft geweiht. Und Drosophyllum Lusitanicum ist eine ganz besondere Pflanze. Kommt in Andalusien hauptsächlich vor, also in Spanien, Portugal. Und es gibt noch vereinzelte Standorte in Nordmarokko. Leider kenne ich davon aber keinen in Kultur. Das hier sind jetzt Formen aus Spanien und die sehen richtig toll aus. Also gerade der Topf hier gefällt mir richtig gut. Sieht richtig schön stattlich aus. Und Drosophyllum können wirklich riesengroße Büsche werden. In der Kultur weniger, da sterben sie nach der Blüte leider oft ab. Produzieren aber sehr viele Samen, aus denen man immer wieder eine neue Generation ziehen kann. So wie hier jetzt zum Beispiel. Das sind die Aussaaten von diesem Winter. Also die Samen letzten Herbst abgeerntet, jetzt im Winter ausgesät. Und hier kommen jetzt schon die ganzen kleinen Sämlinge raus. Die wachsen auch sehr, sehr schnell hoch. Mögen es aber nicht ganz so feucht. Deswegen stehen die alle in hohen Tontöpfen mit einem sehr lockeren Substrat. Aber ich glaube, da machen wir auch mal ein Einzelvideo dazu. Und es ist wirklich eine super schöne Pflanze und auch sehr klebrig. Und es duftet halt herrlich nach Honig hier. Schauen wir hier mal bei den Drosa Rabinata. Das sind zwar alles die Verkaufspflanzen, aber die sehen schon richtig klasse aus. Sind richtig schön kräftig durchgetrieben. Wir haben hier vorne so ein paar kleinere Formen. Das ist jetzt eine aus Neuseeland. Die Waiho Honu Desert Road ist der Standort, wo die hier herkommt. Oder hier haben wir auch eine schöne Multifida. Das ist eine von den Black Heat Blue Mountains. Die ist auch nicht so groß. Die bleibt ziemlich klein. Ist aber auch schon sehr schön verzweigt hier. Und Binata gibt es ja wirklich von ganz klein, so wie die hier, bis ganz groß. Hier haben wir eher so mittelgroße. Das ist eine Dichotoma aus Kiama. In New South Wales wächst die. Und das sind halt richtig schöne gegabelte Blätter hier. Also Binata gefällt mir so gut. So ein schöner Sonnentau. Vielleicht nochmal, das ist ein richtig schönes Geweih hier. Klasse. Dann haben wir hier die Multifida Extrema. Das ist was ganz Besonderes. Das sind jetzt so die ersten Blätter, die hier austreiben. Die sind auch schon sehr gut verzweigt. Und die kann nachher aber bis zu 64 Enden haben. Also so einzelne Enden. Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Bei denen ist es so, die Blätter sind nachher sehr, sehr schwer. Deswegen hängen die immer runter. Ist richtig schön, wenn man die in eine Ampel reinpflanzt. Weil dann können die richtig drüber hängen. Oder man muss ja halt, wenn man sie im Topf hat und aufrecht stehen haben will, auf jeden Fall irgendwie ein kleines Gitterchen oder irgendwas drum machen. Ein paar Stäbe rein und eine Schnur spannen, damit die Blätter halt stehen. Weil sonst liegen die immer, weil die einfach zu schwer sind. Und Klassiker ist hier die T-Form. Die verzweigt sich nicht. Die bleibt einfach immer wie so ein T- beziehungsweise es ist eher ein Y-Y nachher. Jetzt sind wir auch schon eine kleine Fliege gefangen hier. Und hier haben wir die Giant-Form, die Dichotomat Giant-Form. Die kann ja so bis zu 70 Zentimeter hoch werden. Ein Riesenteiler auf jeden Fall. Die hier sind auch schon ein bisschen weiter. Da haben wir hier auch für einen sind echt schöne Blätter drin. Und Binata sieht einfach richtig klasse aus. Hier haben wir Multifida. Die sind dann wieder öfters verzweigt. Was auch was sehr Schönes ist, ist hier diese Yellow-Form. Die hat so gelbliche Blätter. Ja, grün-gelbliche Blätter. Also die sehen auch richtig schön aus. Und die haben halt hier in der Mitte diese roten Tentakel. Und außenrum sind die quasi so durchsichtig. Und es gibt einen ganz tollen Effekt. Sieht richtig klasse aus. Die Ghost, das ist ja eine, die so weiße Blätter macht. Die sind hier am Durchtreiben. Die sind immer sehr spät dran. Aber die sind jetzt hier am Entfalten. Und man sieht es hier, glaube ich, besonders schön. Wie weiß oder so hell die Blätter hier sind. Sind immer ein bisschen unterschiedlich. Das hier ist auch eine Ghost. Also die können nämlich auch rötliche Blätter haben. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Je nach Jahreszeit. Also die hier kommen ganz weiß raus. Die hier sind jetzt rötlich. Aber das heißt nicht, dass die zurückgefallen ist und keine Ghost ist. Sondern es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Wie gesagt, es kommen auch vereinzelt immer rote Blättchen raus. Und hier haben wir auch noch eine sehr schöne von Tonimbucci. Das ist auch in Victoria, in Australien. Das ist auch eine schöne, so kompakte Form. Die ist meistens auch nur einfach gegabelt. Aber sehr, sehr wüchsiger Klon. Sieht man auch hier, wie viele Blätter da jetzt schon dran sind. Und es kommen noch viel, viel mehr raus. Und auch was Schönes fürs Moorbild auf jeden Fall. Hier ist BE Arbeitsplatz und die hat die Tage noch die letzten Venus Fliegenfallen getopft. Und zwar handelt es sich hierbei um Fondselektionen. Also bei unseren eigenen Zuchtprogrammen. Die Sämlinge quasi, die wir schon mal so ein bisschen vorsortiert haben. Die jetzt alle in frischem Topf bekommen haben. Da können wir mal so ein bisschen durchgucken, was wir hier noch so finden. Hier haben wir zum Beispiel eine, die so ganz weißliche Blätter macht oder so weiße Streifen auch auf den Fallen hat. So sieht auf jeden Fall richtig scharf aus. Und die sind jetzt alle noch so quasi ein bisschen in Beobachtung, wo wir einfach gucken, ob diese Mutationen stabil sind. Ob das was Neues ist, ob es sich lohnt, da einen neuen Klon draus zu machen. Hier haben wir welche, die gehen alle so in die Richtung Alien, Jaws, Miley, Hellcat, Montecor, Maraci, um mal so ein paar Namen zu nennen. Das sind halt auch wieder welche mit so gebogenen Fallen. Da gibt es jetzt schon relativ viele. Da muss man mal gucken, ob es sich lohnt, da überhaupt noch mal was Neues zu machen. Das hier auch wieder so. Die ist sogar richtig groß, die Falle hier. Dann haben wir hier so, das sind eher so Werwolf-Aussaten. Da kommen auch ganz coole Sachen raus. Wobei die jetzt auch nicht so super spektakulär sind, weil es das halt alles schon gibt. Und das Ziel in unserem Zuchtprogramm ist ja eher immer, neue Sachen zu selektieren, die es halt noch nicht gibt. Entweder weil sie halt ganz ausgefallen sind und halt super crazy fallen haben. Oder weil sie besonders groß sind. Und da haben wir auch ein paar hier zwischendrin. Habe ich gerade schon auf einem Schild gesehen. Hier haben wir so eine Aussaat von einer Giant Form. Die ist auch schon vorselektiert. Also da war auf jeden Fall schon mal eine große Falle dran. Und jetzt haben wir die alle frisch getopft. Ziehen die noch mal hoch. Und dann können wir dieses Jahr noch mal so die Endselektion machen. Was wirklich auch einen eigenen Namen bekommt und selektiert wird. Und dann eben auch gezielt vermehrt wird. Das hier ist der Tisch, wo die ganzen Moorsets drauf sind. Und das sieht schon richtig gut aus. Gerade so die Begleitpflanzen kommen alle schon richtig gut. Die Drosera sind schon richtig weit ausgetrieben. Wenn wir uns hier mal so eine Platte anschauen. Die ist jetzt voll mit Drosera, Rot und die Folie. Und die stehen alle richtig schön im Saft. Und es sind sogar schon die ersten Blütenstiele zu entdecken, die hier kommen. Also es wächst richtig gut. Das was noch ein bisschen braucht sind die Saracenia. Die stehen da oben. Da schauen wir aber auch mal kurz drauf. Saracenia sind zwar alle schon früh vorbereitet worden. Aber die brauchen immer bis sie etabliert sind. Und die haben wir auch auf diesen Multitopfplatten. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Das ist halt super praktisch. Und ihr seht, die Schläuche sind halt noch nicht offen. Die sind halt jetzt. Das ist halt eine blöde Zeit zum Verschicken, weil die noch so weich sind. Und die werden nachher aber einfach hier quasi so rausgezogen. Haben einen schönen Wurzelballen unten dran. So können wir sie dann einpacken und verschicken. Und ja, für Ende April wird es jetzt noch nicht ganz reichen mit den Moorsets. Deswegen haben wir gesagt, Anfang Mai. Und die Moorsets werden dann zum 7. Mai freigeschaltet. Ist glaube ich ein Samstag. Ab da könnt ihr dann auch die Moorsets bestellen und euren Moorkübel daheim anlegen. Die Deonea-Sammlung haben wir ja dieses Jahr auch komplett frisch getopft. Deswegen hängen die noch so ein bisschen in den Seilen. Aber es kommen jetzt schon überall kräftige neue Triebe raus. Nehmen wir mal hier diese Prolifera 2. Wo ist der Topf festgeklebt jetzt? Also die dunklen Fallen, das sind noch die alten von letztem Jahr. Hier sind jetzt die frischen und die sehen auch schon sehr vielversprechend aus. Also ich glaube, es wird ein richtig tolles Fliegenfallen-Jahr werden. Und da gibt es jetzt im Moment noch nicht allzu viel zu sehen. Da schauen wir dann später in der Saison nochmal ganz genau hin und gucken mal auch, was natürlich die größte Falle ist dieses Jahr. Auch hier bei den Verkaufspflanzen haben wir schon kräftige Neuaustriebe. Hier ist zum Beispiel auch ein super schöner Klon. Das ist diese Dracula Fake. Die war ursprünglich mal als Dracula im Umlauf. Aber da hat sich herausgestellt, dass es gar keine echte Dracula ist. Aber die sieht trotzdem toll aus, weil die große Fallenmacht richtig dunkle Ausfärbung bekommt. Und auch so schöne dreieckige Zähne. Die sind manchmal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Also es ist eigentlich auch ganz nett, wenn die sich so in der Saison immer so ein bisschen abwechseln. Was lustig ist, was hier auch nebendran steht, ist zum Beispiel die Double Trouble. Guckt euch mal die an. Die macht nämlich immer mehrere Fallen an einem Blatt dran. Hier haben wir gleich drei Stück dran. Hier haben wir jetzt eine, die geht mehr so in die Trichterfallen-Richtung. Die hier auch. Blüte kommt auch schon. Die sieht auf jeden Fall sehr ulkig aus. Bei den Cephalodos habe ich hier noch so ein paar schöne Töpfe mit echt tollen großen Prügen dran, die richtig klasse aussehen. Hier haben wir auch noch einen Eden Black, der richtig schön dunkel ausgefärbt ist. Da nochmal so eine Giant Foam. Richtig toll. Das ist ein toller Schlauch hier. Der ist irgendwie ein bisschen gequetscht und mehr breit als hoch. Das sind jetzt alles so ein paar Schaupflanzen, die hier stehen. Auf dem Tisch selber ist noch nicht so viel los. Das lohnt sich auch noch nicht, da genauer hinzugucken. Und die Cephis, die haben wir jetzt, wir haben ja die komplette Sammlung frisch getopft. Und das wird jetzt aber alles noch ein bisschen dauern, weil die fangen gerade erst an, so mit dem Neuaustrieb. Und bis die dann eben richtig durchgetrieben sind, bevor wir die verkaufen können. Deswegen, es wird eine Weile dauern, bis die jetzt in den Shop reinkommen. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal die Erinnerungsfunktion nutzen. Ihr könnt quasi, wenn euch bestimmte Cephis interessieren, tragt eure E-Mail-Adresse beim jeweiligen Produkt ein. Dann bekommt ihr automatisch eine E-Mail zugeschickt, sobald die Pflanze wieder verfügbar ist. Gehen wir nochmal zu den Klebefallen, genauer gesagt zu den Drosera regia, weil die sehen im Moment richtig geil aus. Und machen so viel Spaß. Guckt euch mal diesen fetten Topf hier an. Ist doch eine wahre Pracht, oder? Richtig schöne dicke Tautropfen dran. Und man kann auch schon die ersten Blütenansätze erkennen. Also die schieben auch alle schon schön Blüten. Ich werde dieses Jahr auch wieder viel bestäuben und Samen produzieren. Ich kann euch hier auch mal zeigen, zum Beispiel, hier sind so ein paar Sämlinge von letztem Jahr. Also die sind, wann habe ich denn die ausgesät? 28. September habe ich die ausgesät letzten Jahres. Die sind jetzt also so ein halbes Jahr alt etwa, ein bisschen mehr. Und sind noch winzig klein. Also es dauert auch schon ein paar Jahre, bis es dann eben so große stattliche Pflanzen werden. Aber auf jeden Fall eine superschöne Pflanze. Eine schöne Orchideengattung aus Südafrika, das sind die Deezer. Meine Mutterpflanzen hier machen schon die Blüten. Die dauern auch, es dauert auch nicht mehr lange, bis die sich dann öffnen werden. Die Verkaufspflanzen hier haben auch schon eine sehr schöne Größe. Die wachsen eigentlich auch ziemlich schnell hoch. Und sind eigentlich genauso wie ein Drosera carpensis zu kultivieren. Also eine super einfache Orchideengattung und mit sehr, sehr schönen Blüten. Einer meiner absoluten Lieblingspflanzen ist natürlich Darlingtonia californica. Die Cobra Lilie aus Kalifornien und Oregon. Die sind hier auch schon in Blüte. Wir haben sie dieses Jahr alle komplett umgetopft. Deswegen sind nicht so viele Blüten dran. Aber es kommen überall dicke Schläuche. Hier sind die Mutterpflanzen. Da ist noch gar nicht so viel zu sehen. Aber wir schauen mal hier ein bisschen bei den Verkaufspflanzen drüber. Weil da kann man schon richtig viel entdecken. Hier haben wir jetzt den Klon F von unserer eigenen Selektion. Das sind die alten Schläuche von letztem Jahr. Und guckt mal, hier kommen zwei richtig fette Schläuche hoch. Also die werden bestimmt gigantisch werden. Oder auch hier haben wir eine schöne Form. Die blüht auch gerade. Und hier unten kommen auch richtig dicke Schläuche hoch. Und da ist schon super viel zu sehen. Überall auch die Blüten hier. Da haben wir sogar viel mehr Blüten als bei meinen Mutterpflanzen dran. Manche sind schon offen. Manche erst am Heranwachsen. Aber es wird ein richtig geiles Darlingtonia werden. Ich freue mich mega drauf. Vor allem, weil wir dieses Jahr alles komplett umgetopft haben. Jetzt sind sie richtig frisch im Topf. Eine Pflanze pro Topf. Und die kann sich richtig gigantisch entwickeln. Auch hier bei den Saracenia Verkaufspflanzen öffnen sich jetzt nach und nach die ersten Schläuche. Und das ist eine wahre Pracht. Wenn wir mal hier zum Beispiel gucken. Das ist die F11B von Mirek. Die hat jetzt auch richtig schöne Schläuche. Macht so einen großen Deckel, der da drüber hängt. Kriegt eine schöne Aderung drauf. Der erste ist offen. Der zweite öffnet sich gerade. Also richtig schöner Klon auch. Große Deckel auch nachher. Was auch ein ganz toller Klon ist, ist hier dieser Honey, dieser Klon 3 von der Honeysuckle Road in South Carolina. Und die macht nämlich auch so Riesendeckel. Schön geschwungen. Ich hole den mal raus, dann sieht man es ein bisschen besser. Hat auch die Blüte dran gehabt. Und auch eine ganz tolle Maserung hier dran. Superschön winterhart. Das ist auf jeden Fall ein richtig toller Klon. Das gefällt mir auch persönlich sehr, sehr gut auch. Hier haben wir jetzt eine sehr wilde Ecke in der Gärtnerei. Eigentlich war das alles ans Lagerfläche gedacht. Aber es ist halt alles voll mit Pflanzen mittlerweile schon. Aber hier habe ich gerade bei den Moosbären richtig schöne Blüten entdeckt. Also Vazinium oxycoccus. Und es ist eine wahre Pracht. Hier so viele Blüten, wie hier dran hängen. Und die sind ja auch alle gut Bären ansetzend. Und also da kommen dann auch lauter kleine Bären dann, die man dann im Spätsommer, Herbst ernten kann. Und sind auch sehr lecker. Hier kommen so ein paar Orchideen raus. Das sind die Kalopogon. Haben wir auch mal frisch gemacht dieses Jahr. Viele Drossera stehen hier. Die ganzen winterharten Drossera. Hier haben wir auch Pogonia. Die ersten, die durchtreiben. Die anderen stehen alle draußen. Das dauert noch ein bisschen. Sobald da die ersten Blätter kommen, kommen die dann aber auch in den Shop rein. Und ja, ein bisschen wilde Ecke hier. Aber irgendwie auch ganz cool. Hier haben wir jetzt noch zwei Schalen mit Utricularia cornuta. Die haben wir auch alle frisch getopft. Das ist ja ein winterharter Wasserschlauch fürs Moorbeet. Und man sieht jetzt auch schon hier sehr schön, wie sich die ersten Blättchen überall durchziehen. Und später im Jahr kommen dann große Blütenstiele raus. Mit großen goldgelben Blüten. Das ist eine wahre Pracht. Passt auf jeden Fall in jeden Moorkübel oder ins Moorbeet mit dazu rein. Und die sind super winterhart. Und kommen jetzt mit dem nächsten Shop-Update dann auch in den Shop hinein. Und der Tisch hier, das ist ja eigentlich unser Vermehrungstisch, wo die ganzen Saracenia-Schnittlinge stehen. Aber es steht auch die Saracenia-Rubra-Sammlung hier drauf, weil oben kein Platz mehr war. Und da möchte ich euch auch gerne mal die Rubra-Blüten zeigen, weil die auch sehr hübsch sind. Die sind in so einem ganz dunkelroten Ton, sind sehr klein und grazil. Rubra selber werden ja auch nicht so groß. Deswegen ist das eigentlich auch eine superschöne Pflanze für die Moorkübel, weil die eher klein bleiben, aber auch viele Arten eben sehr winterhart sind oder viele Klone, weil die eben auch eher so in den nördlicheren Bundesstaaten vorkommen. So North Carolina, South Carolina. Hier haben wir eine sehr, sehr schöne. Das ist eine Rubra-Variante Alabamensis. Die macht so ziemlich grün-gelbliche Schläuche und das ist jetzt eine mit einem riesen Deckel obendrauf. Sieht echt klasse aus. Die sind noch von letztem Jahr. Blüten kommen hier aber auch schon. Und ja, Rubra sind eigentlich immer so ein bisschen unterschätzt, aber es ist eigentlich eine sehr schöne, kleinbleibende Art und gerade für kleinere Gefäße eigentlich sehr gut geeignet. Hier haben wir noch die RG2. Das ist eine anthocyanin-freie, äh, RG1, Viking Nummer RG1, anthocyanin-freie Form und die hat dementsprechend auch so eine gelbe Blüte hier. Sieht auch ganz hübsch aus, macht auch sehr schöne Schläuche und gerade diese anthocyanin-freien Formen, das sind ja immer so richtige Hingucker im Moor. Gerade wenn man da noch so ein bisschen rotes Fagnum drumherum macht, hat man da einen tollen Kontrast. Und ja, Rubra eigentlich auch eine sehr schöne, kleine Art. Die Kübel hier, die hatte ich mir mal als schöne Schaupflanzen angelegt und da sind echt große Rhizome eingepflanzt worden. Der Kübel hier ist voll mit Lea Wilkerson. Da hängt auch schon der erste dicke Schlauch dran und vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Kübel von letztem Jahr erinnern. Da war, ich glaube, 98 cm war der höchste Schlauch. Mal gucken, wie groß dieses Jahr die Schläuche werden. Es sind auf jeden Fall schon sehr vielversprechende dran. Dann haben wir hier noch so ein bisschen mit Leukophylla L133C. Haben wir hier, hier ist der A-Klon drin. Schläuche sind noch nicht zu sehen, dafür aber schöne Blüten. Und hier oben haben wir noch mal einen schönen Kübel. Das ist von Mirek D1135C. Auch ein sehr schöner Klon, so eine Alba-Form mit richtig tollen weißen Schläuchen. Das sind jetzt natürlich alles noch die Schläuche von letztem Jahr. Aber wir haben hier bestimmt 20 Blüten in diesem Kübel drin. Also eine wahre Pracht. Und dann schneiden wir die hier demnächst runter und machen Platz für die neuen Schläuche. Hier auf dem Pinky-Tisch, da tut sich auch schon einiges. Die stehen ja bei uns im Winter immer sehr kühl. Deswegen ziehen die sich auch komplett zurück. Und jetzt haben wir hier quasi überall den Neuaustrieb dran. Das ist jetzt Pinguicula agnata. Und das sind jetzt so die ersten richtigen Sommerblätter. Wenn wir mal ein bisschen weiter runter gucken, da sieht man noch diese kleinen Blätter. Das sind quasi die Winterblätter gewesen. Also die ziehen sich dann schon auch immer gut zurück. Und im Winter halten wir die natürlich komplett trocken. Und jetzt, wo wir eher mehr Sonne haben, wärmere Temperaturen, da wird dann hier eben wieder auch alles angefeuchtet. Und die werden leicht feucht gehalten. Und dann regt es die schön zum Durchtreiben dran. Und wir haben auch ein paar schöne Blüten. Schauen wir nochmal genauer hin. Und zwar haben wir hier eine schöne pinke Blüte. Und die gehört zur Pinguicula Weser. Da seht ihr jetzt hier auch mal eine Winterrosette. Also die sind winzig klein. Und jetzt kommen hier wieder die Sommerblätter raus. Und dann ist die recht schnell topfausfüllend. Und hat wieder ihre normale Größe. Nebendran hier haben wir noch eine Pinguicula Zyklosekta. Die kriegt ja so ganz bläuliche, lila-bläuliche Blätter. Sieht auf jeden Fall auch sehr hübsch aus. Blüht aber erst so gegen Sommer. Und da macht dann ganz viele dunkellila Blüten. Was ganz Besonderes ist hier diese Pinguicula Golden Eye. Die macht so eine große weiße Blüte. Und hat hier so ein bisschen so einen gelblichen Fleck drin. Wie so ein goldenes Auge. Und die treiben jetzt auch alle aus der Winterrosette aus. Ich gucke mal, hier die ründlichen Blätter sind schon die Sommerblätter. Und wenn wir das jetzt mal anheben, erkennt man hier drunter noch so ein bisschen die Winterblätter. Also auch ganz klein. Und die treiben dann aus der Winterrosette quasi erst die Blüten aus. Und jetzt kommen dann die neuen Blätter. Ja und jetzt zum Schluss natürlich noch der Blick ins Tropenhaus. Weil hier sieht es ja auch immer geiler aus. Es wird ein richtiger Dschungel hier drin. Im Winter ist ein bisschen Lichtarmut. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Da machen die ganzen Nepenthes nicht so viele Kannen. Stocken eher so ein bisschen. Aber jetzt kommen überall die Kannen. Und es gibt viel zu sehen. Seid gespannt. Der Quadratmeter hier, der ist jetzt alles belegt mit der Nepenthes Mollis Phaici mal minima. Und das sind ja alles Samengezogene. Und ihr seht schon, die fallen sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise eher rotes Laub. Wir haben grünes Laub. Und manchmal auch so ein bisschen gemischte. Hier ist sogar eine mit so bräunlichem Laub. Und auch die Kannen sind alle sehr unterschiedlich. Ich nehme zum Beispiel hier mal eine. Die ist jetzt richtig schön gesprengelt. Eher so ein bisschen heller. Hat so ein dunkles Peristrom. Jetzt haben wir hier eine im krassen Gegensatz. Die ist eher sehr dunkel. Und alles ineinander gewachsen. Sehr dunkel. Hat im Moment noch ein sehr helles Peristrom. Ich schätze aber mal, dass das sich nachdunkeln wird. Weil die Kanne ist noch relativ frisch geöffnet. Dann haben wir hier auch eine. Die hat auch eine sehr schöne Kannenform hier. Also die fallen wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Was sie alles haben, ist natürlich dieses gesprengelte. Das kommt auf jeden Fall von der minima, die hier drinnen steckt. Und ja, das ist halt immer das Schöne, wenn man aus Samen zieht. Weil einfach so viel Variation dabei ist. Hier unten auf dem Boden habe ich noch eine Schale mit tropischen Drosera stehen. Den sogenannten Queensland Drosera. Die kommen also aus Australien. Der bekannteste ist wahrscheinlich hier sicherlich der Drosera Adelaide. Der auch sehr wüchsig ist. Und wirklich sehr, sehr gut wächst. Die eine weitere Art ist hier Drosera Prolifera. Die hat eher so diese rundlichen Blätter. Vermehrt sich auch sehr gut über Ausläufe, wie man hier sehr gut erkennen kann. Und die dritte Art, die es noch gibt, das ist Drosera Chizantra. Die haben wir jetzt hier mit drinnen. Ja, ich habe gerade gegossen. Deswegen ist alles so ein bisschen überwässert. Und jetzt die größten, die hier drin sind, das ist Drosera Andromeda. Das ist eine Hybride zwischen dieser Chizantra und der Prolifera. Und die sehen gerade richtig klasse aus. Vor allem blühen die auch. Und haben hier schöne dunkelrote Blüten. Und die gefallen mir richtig gut. Hier haben wir eine ganz besondere Aussaat. Und zwar ist das eine Hybride zwischen Feitschi und der Hybride Lovie Effipiata. Und die machen gerade richtig schöne Wachstumssprünge. Da ist es jetzt Zeit, die also zu vereinzeln, in einzelne Töpfe zu pflanzen. Und ich bin sehr gespannt auf die größeren Kannen. Weil es sind wirklich richtig geile Mutterpflanzen. Und eine richtig tolle Kreuzung. Und ja, die werden bald vereinzelt. Und müssen dann noch ein bisschen wachsen, kommen aber auch auf jeden Fall in den Shop hinein dann. Und das sind richtige Raritäten nachher. Ich freue mich sehr auf die großen Kannen. Hier hängen schöne kleine Kannen von Nepenthes Klapprata. Eine kleinbleibende Art, die mir besonders gut gefällt. Weil die so richtig schöne goldige Kannen hat. Und die hängen immer so an sehr langen Tendrilen teilweise auch dran. Nebendran haben wir Nepenthes Hempseliana. Auch was sehr Besonderes. Die hieß früher mal Rafflesiana, Variante Elongata. Und hat auch einen richtig krassen Farbkontrast, weil wir hier so richtig weiße, helle Kannen haben. Mit diesem dunklen Laub. Und das Besondere bei Nepenthes Hempseliana ist, dass in diesen Kannen, also die kommt aus Borneo, Fledermäuse übernachten, beziehungsweise tagsüber drin schlafen. Nachts auf Beutepang gehen und dann ihren Kot hier wieder in der Kanne hinterlassen. Und das sind natürlich super Nährstoffe für die Pflanze. Hier haben wir noch eine schöne Art aus Sulawesi. Das ist Nepenthes Aime. Und das sind jetzt die Bodenkannen. Die gehen eher so in die Richtung Maxima. Die Hochkannen gehen dann aber wieder in Richtung Jamban. Also ein sehr krasser Kontrast. Nepenthes Hamata hat hier auch eine schöne Kanne gemacht. Entdecke ich hier gerade. Ist noch ein bisschen klein, aber die hat jetzt eine Größe, wo sie schnell hochwachsen wird. Und die hat ja auch so ein ganz zahniges Peristom hier. Hier haben wir noch was sehr Schönes dahinter. Das ist eine Nepenthes Maxima. Allerdings die Wavy Leaf Form. Die Kannen sehen jetzt nicht anders aus als eine Maxima. Aber die Blätter sind hier so komplett gewellt. Und das ist auch was ganz Besonderes. Nepenthes Aristolochoides, eine superschöne Art aus Sumatra. Hat den ganzen Wind über keine Kannen gemacht. Aber jetzt kommen hier überall die Kannen. Die ist noch geschlossen. Und das Besondere ist hier, dass die wie so einen Buckel hier macht. Und die Öffnung nicht so nach oben ist, sondern eher so an der Seite dran. Die wandert auch immer mehr runter, je älter die Kanne wird. Die geht schon in den Hochtrieb, die Pflanze hier. Ich habe hier mehrere Pflanzen stehen. Und es sind alles Sämlinge. Deswegen hoffe ich, dass da auch zwei Geschlechter dabei sind, dass ich hier Art rein vermehren kann. Nebendran haben wir hier eine Nepenthes Jamban. Das ist jetzt so eine intermediäre Kanne. Also so ein Zwischending zwischen Hoch- und Bodenkanne. Und da kann ich euch mal den Schlons zeigen, weil das Jamban hat so eine ganz zähe Flüssigkeit. Und wenn ich die jetzt hier ausleere, ihr seht es richtig. Ganz zähflüssig, wie so Kleber quasi. Richtig cool eigentlich. So, dann haben wir hier oben eine Nepenthes Edwardianer, eine kleine. Die habe ich euch neulich schon mal bei den Sammelkarten gezeigt. Macht aber auch gerade schöne große Sprünge. Dann haben wir hier nebendran noch eine Makrofüller. Die macht auch gerade richtig schöne Blattsprünge. Da kommt jetzt die nächste Kanne dran. Hier haben wir noch mal eine größere Makrofüller. Oder nehmen wir mal die hier raus. Die ist schon ein bisschen größer. Die Kannen sind zwar auch noch sehr klein, aber ich bin froh, dass die Pflanze richtig gut wächst. Und ich denke mal in diesem Jahr wird sie sich auch richtig toll entwickeln. Dann haben wir hier noch eine kleinere Lovie. Die hat hier im Moment noch so ein bisschen eher die Bodenkannen. Aber man kann hier schon wie schön so die Zähnchen entdecken, die am Deckel sind. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rüberschauen, hier haben wir eine große Lovie. Und das sind jetzt quasi die Hochkannen. Und da sieht man jetzt auch sehr schön hier so die Zähnchen im Deckel drin. Und man kann sogar so die ersten Zuckerausscheidungen schon erkennen hier. Und die Kanne sitzt hier auf dem Topf von Nepenthes Effipiata. Auch eine super schöne Art. Die sieht ähnlich aus wie Lovie, ist aber von der Kanne nicht so rund, sondern eher eckig. Sieht man hier natürlich noch nicht bei dieser kleinen. Aber die habe ich glaube ich schon fünf Jahre lang im Bestand. Muss ich selber mal spiegeln. Seit 18, vier Jahre habe ich die jetzt im Bestand. Die habe ich mal gekriegt, die war so winzig. Also ihr seht mal wie langsam die wächst. Hier haben wir eine schöne Klippiata. Da haben wir hier eine richtig tolle Kanne dran. Und die neueste wächst gerade hier unterm Blatt heran. Hier haben wir die. Und so. Hier sieht man sie richtig. Ja, das sieht doch geil aus hier. Schöne Kanne, die hier kommt. Und die hat eben auch so ganz besondere Blätter, weil die so fast rund sind. Und das Tentril, man sieht es richtig hier an diesem Loch oben auf dem Blatt, da biegt sich das Tentril dann nach unten. Dann haben wir hier noch etwas ganz Besonderes. Das ist nämlich auch eine Nepenthes jamban. Und das ist eine Auktionspflanze. Die kommt also demnächst in die Auktion rein. Haltet also die Augen offen und schaut immer mal wieder auf die Webseite. Die hat die Startnummer 9. Dann möchte ich euch hier mal noch mal was ganz Besonderes zeigen. Das ist eine panaschierte Miranda. Also ihr kennt sicherlich alle diese Pflanze mit den großen Kannen. Und hier was sehr, sehr Schönes mit viel Weiß drinnen. Habe ich jetzt frisch bekommen. Ist neu eingetopft und treibt jetzt kräftig durch. Also mal sehen, wie es sich entwickeln wird. Hier nebendran wächst auch noch was Schönes. Das ist eine Spatulata mit Edwardianer gekreuzt. Und Spatulata hat ja so ein ganz großes Peristom. Edwardianer ein ganz zahniges. Und das ist eben das Zwischenprodukt daraus. Sieht auch herrlich aus. Nepenthes Truncata, eine der absolut schönsten Nepenthes. Wächst ursprünglich in Mindanao auf den Philippinen. Kann auch ziemlich groß werden, wie ihr hier sehen könnt. Und die Pflanze, die macht gerade einen mega langen Blütenstiel. Also der ist noch lang nicht ausgewachsen. Ich denke, der wird nochmal einen Meter länger. Weil mit zunehmendem Alter wachsen quasi diese Zwischenabstände zwischen den Blüten noch in die Länge. Und ihr seht es hier oben, ist es noch ziemlich zusammen. Deswegen, der wird bestimmt nochmal einen Meter länger werden. Und sie produziert sogar hier noch einen zweiten Blütenstiel parallel. Also die gibt richtig Gas. Die will sich auf jeden Fall fortpflanzen. Und hier drüben haben wir nochmal die frische Kanne. Da seht ihr mal, die ist auch noch nicht so dunkel ausgefärbtes Peristom. Das ist gerade noch schön gestreift. Und auch eine richtig tolle große Kanne. Also auf jeden Fall eine von meinen Lieblingsarten. Und neulich habe ich ja auch erst ein Bild bei Instagram gepostet, wo man sie nochmal in ganzer Größe sieht. Wirklich im direkten Größenvergleich. Das ist schon ein gewaltiges Teil. Ja, das hier sind auch noch die Truncata Highland Red. Also genau die gleiche, die wir gerade in groß gesehen haben. Sind aber noch ein bisschen kleiner. Brauchen also noch, bis die auch so groß werden. Aber die Kannen müssen sich trotzdem nicht verstecken. Haben auch schon eine schöne Größe. Dann haben wir hier natürlich noch Rob Cantley. Da haben wir hier zum Beispiel eine sehr prächtige Kanne. Die sieht ja auch sehr ähnlich aus wie die Truncata. Das sind jetzt noch eine schöne bauchige Form. Richtig dunkles Peristom. Die Mäusefressende, äh ne Vogelfressende. Rob Cantley war diese hier. Und da möchte ich euch auch nochmal die Kanne zeigen. Weil das ist ein absolutes Monster, das hier gewachsen ist. Und das war quasi die erste Kanne, nachdem sie den Spatz gefressen hat. Deswegen würde ich mal behaupten, es waren auf jeden Fall viele Nährstoffe. Und die haben auch was gebracht. Und auch die neuen Kannen, die jetzt hier überall so heranwachsen, sind richtig groß. Hier haben wir auch noch was Besonderes drin. Nepenthes Bicalcarata ist ja eigentlich eine Tieflandart. Wächst aber hier unter diesen intermediären bis Hochlandbedingungen eigentlich auch ganz gut. Hat ja auch richtig schöne Kannen hier. Und das Besondere sind immer diese kleinen Zähnchen, die die hier oben macht. Und, ähm, ja, hier sieht man es vielleicht nochmal sehr schön hier. Ganz, ganz tolle Art. Kann auch riesengroß werden. Wächst eigentlich auch schnell, wenn sie ein bisschen wärmer steht. Ähm, hier steht sie doch ein bisschen zu kühl. Aber sie macht es. Und ich glaube, da haben wir auch noch einige im Shop verfügbar. Also das ist auf jeden Fall auch eine absolute Rarität. Und jetzt schauen wir nochmal bei den Heliumvorrat drüber. Also die Sammlung von Christoph. Weil die sieht im Moment auch richtig genial aus. Die Sammlung hier hat sich auch richtig toll entwickelt. Und jetzt im Winter war natürlich so ein bisschen Lichtmangel. Aber jetzt kommen sie wieder richtig gut durch. Auch die Ausfärbung nimmt immer mehr zu. Und wir kriegen hier richtig schöne rote Farbe mit rein. Und sie sehen echt klasse aus jetzt. Aber sie werden gar nicht mehr so lange hier stehen bei mir. Weil Christoph wird demnächst nämlich umziehen. Also demnächst ist da auch noch ein paar Monate. Und hat dann wieder Platz, seine Pflanzen selber zu kultivieren. Dann kommen sie wieder hier raus. Und ich habe endlich mehr Platz für Nepenthes. Und dann habe ich nochmal hier so, ja, anderthalb Quadratmeter mehr Platz. Aber wichtiger Platz für Sämlinge. Und da freue ich mich auch schon drauf, muss ich ehrlich sagen. Ein paar Pflanzen habe ich auch hier oben auf dieser Stellase stehen. Das sind vor allem Tiefland Nepenthes. Und da möchte ich euch nochmal noch eine Art zeigen, die ich auch in Thailand gesehen habe. Das ist nämlich Nepenthes mirabilis Variante globosa. Die war ursprünglich auch mal als Viking im Umlauf. Weil die so ein richtig großes Peristoma hat, das nach hinten so hoch gezogen ist. Bei den kleineren kann hier noch nicht. Aber bei den Hochkannen dann auf jeden Fall. Und das erinnert so ein bisschen an so ein Wikinger-Schiff, wie vorne so diese Front da so hoch geht. Tolle Art, auch eine große Flügelleiste. Und die werdet ihr demnächst auch mal in den Videos aus Thailand sehen. War echt klasse, die dort mal in der Natur zu sehen. Und ich glaube, wir haben sogar noch ein paar davon auch noch im Shop drinnen. Also auf jeden Fall was richtig Schönes und auch sehr wüchsig. Und wie ihr sehen könnt, die machen auch sehr viele Kannen immer. Das ist also unser Gewächshausrundgang hier im April. Ich hoffe, ihr habt es sehr genossen. Ich möchte am Ende nochmal die Möglichkeit nutzen, auf den nächsten großen Markt der Saison hinzuweisen. Der findet nämlich hier in Ludwigsburg statt, im blühenden Barock. Und zwar schon nächstes Wochenende. Da sind wir mit einem großen Stand vertreten. Haben eigentlich so einmal das komplette Sortiment dabei. Könnt ihr mich auch persönlich treffen. Kommt gerne vorbei. Ich freue mich und natürlich auch auf einen ausgiebigen Plausch am Marktstand dann. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf der Webseite in die Rubrik Veranstaltungen hinein. Da stehen die ganzen kommenden Markttermine auch aufgelistet. Und es wird natürlich auch immer ergänzt, wenn noch weitere Märkte dazukommen. Und für euch natürlich die Gelegenheit, direkt am Stand vorbeizukommen, euch die Pflanzen anzugucken oder auch einfach mal nur Hallo zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute. Euer Matze. Ciao. Ciao.